Musik Vor mehr als 3000 überwiegend geladenen Gästen spricht Fritz von Opel in einer enthusiastischen Rede, die im Radio übertragen wird, vom Sinn, Inhalt und den Zielen der Opel-Versuche. Die heutige Vorführung soll ein lebendiger Beweis dafür sein, dass die Rakete als praktisches Antriebsmittel verwirklicht ist. Die Risikobereitschaft Fritz von Opels verhalf dem Traum des Vaters der Idee Max Wallier zur Realität. Rack 2 Mit der Erfahrung von etwa 300 Testkilometern mit Raketenantrieb in kürzester Frist in den Opel-Werken gebaut. Als Basis diente ein 10-40 PS Serienchassis. Wie schon Rack 1, ohne Motor, kein Getriebe. 24 Raketen wurden mit einer bei Opel entwickelten Hydraulikpresse mit 120 Kilogramm Sprengstoff befüllt. Mittlere Schubkraft 6.000 Kilogramm. Die Raketen werden einzeln mit einem Fußpedal elektrisch gezündet. Musik Noch einige Minuten bis zum Start. Ein Händedruck von Sander. Und dann ein ohrenbetäubendes Zischen und Pfeifen, eine Riesenflamme aus dem Hinterteil. Es packte mich wie eine Wut. Seitwärts verschwindet alles. Ich überlege nicht mehr. Die Beschleunigung ist wie ein Rausch. Durchschnittsgeschwindigkeit etwa 180 kmh. Höchstgeschwindigkeit 238 kmh. Mehr war auf der Abus derzeit nicht möglich. Nach etwa zwei Minuten ist es vorbei. Das Publikum ist begeistert und feiert den erschöpften Raketenschauffeur. Gratulation von allen Seiten. Viele hatten das Gefühl, den Beginn eines neuen Zeitalters erlebt zu haben. Lob vom berühmten Rennfahrer Karl Jörns. Die beliebte Filmschauspielerin Ufa-Star Lilian Harvey schwärmte, mit Fritz von Opel möchte ich auch gern mal im Raketenauto fahren. Musik Max Wallier trennt sich an diesem so erfolgreichen Tag von Opel. Der gefeierte Fritz von Opel und Friedrich Sander haben die nächsten Versuche bereits terminiert. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017